Wir fahren jetzt zur CDU, die Partei, die in NRW endlich alles besser machen will. Obwohl das Gute ist, an die Straßen müssen sie zumindest nicht ran. Weil die sind schon ganz okay. Also, man kann fahren. Straßenbau fehlt halt, weil Nordrhein-Westfalen die Gelder nicht anfordert. Bayern ruft immer hier, die nehmen die Gelder. Also, einfach mal hier rufen. Wir können mal zusammen hier rufen. Ja, hier. 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 Paul ruft auch mit. Ja, die Veranstaltung ist ja heute hier von der Seniorenunion. Gibt es denn überhaupt eine andere Union? Es gibt mehrere. Die Frauenunion, die Junge Union, die Mittelstandsvereinigung und dann die CDU. Also, Sie meinen die Frauen-Seniorenunion, die Junge-Seniorenunion? Nein, nein, es gibt eine Vereinigung. Die heißt Frauenunion. Die Seniorenunion. Die Junge Union. Wie die Seniorenunion? Ja. Frau Merkel, erinnert Sie NRW auch immer an die letzten Tage der DDR? Ich denke, das war ein ganz klares Jahr. Ja, es war mir sehr wichtig, die Kanzlerin zu sehen, weil es um unser Leben geht. Mich persönlich wohnt das nicht. Okay, ich habe ja jetzt ein bisschen Angst bekommen. In welcher Hinsicht Angst? Es geht um unser Leben. Ja. Ich glaube, es geht um die Ewigkeit. Und ja, die Ewigkeit. Unser Leben ist auf Ewigkeitsdauer angelegt. Wegen Herrn Laschet sind Sie nicht hier. Nein. Warum auch? Warum auch, genau. Also, können Sie denn gar nichts Positives an Herrn Laschet finden? Er hat Charisma wie ein Stück Holz. Gucken Sie sich den doch an. Ja, okay. Das ist aber der Richtige. Anderen haben wir im Moment nicht da. Noch ist die Wahl nicht gelaufen. Ja, aber dann wäre ja, also, der Laschet, naja, kommen Sie. Herr Laschet, haben Sie kurz Zeit. Nur ein kurzes Statement. Herr Laschet, NRW geht's schlecht. Die Bildung ist im Eimer, Wirtschaft ist im Eimer. Was muss noch alles passieren, bis die CDU endlich einen richtigen Kandidaten aufstellt? Jetzt flüchten Sie doch nicht von mir. Kommen Sie, Herr Laschet. Sie können sich mit mir unterhalten. Einen kleinen O-Ton. Ich darf auch Kraft nicht warten lassen. Deshalb muss ich jetzt schnell zum Fernsehbuch. Aber die Straßen sind doch so schlecht. Eben. Da kriegen die Reifen schnell so wenig Profil wie Armin Laschet, oder? Tschüss, Herr Laschet. Tschüss, Armin. Bis bald. Mach's gut. Und das waren Sie heute schon. Jetzt kommt Sketch. Tschüss.